Ich habe Corona. Das ist doch ein wundervoller Start, dieses Video anzufangen, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Mir geht es nicht gut. Ich habe nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde. Ich habe ja echt gedacht, ich werde eine von diesen, die nach der Pandemie so richtig cool sind und damit angeben können, dass sie niemals Corona hatten. Ja, I can't. Ich sitze hier zu Hause. Matthias ist auch da, aber der ist richtig krank im Bett. Und mir ist langweilig. Deswegen habe ich meiner Mama gesagt, kauf mir doch bitte bei DM eine Blondierung. Ich färbe mir in dem YouTube-Video die Haare. Ich glaube, das ist eine ziemlich dumme Idee. Aber ist mir scheißegal. Mir ist wirklich sehr langweilig. Außerdem habe ich meine Haare mittlerweile seit, glaube ich, anderthalb Jahren nicht mehr geschnitten. Die sind komplett versplisst. Und ich wollte schon sehr, sehr lange unbedingt einen Stufenschnitt haben, damit ich mir diese coolen Waves machen kann, die so alle mittlerweile haben. Wisst ihr das hier? So diese coolen Stufenschnitte, mit denen man einfach so richtig hot und sexy aussieht. Ich habe meine Schere am Start und hoffe, dass ich das heute hinkriege. Und ich habe Angst, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich habe zu meinen Freunden ziemlich oft schon die Haare geschnitten. Ich habe Matthias schon sehr oft die Haare geschnitten. Ich habe auch meiner Freundin schon mal die Haare gefärbt. Und ich habe mir auch immer selber die Haare geschnitten die letzten Jahre. Bis ich dann irgendwann einfach aufgehört habe damit. Aber ich habe halt immer nur so Spliss weggeschnitten und nie versucht, eine Frisur zu machen. Und ich habe halt auch keine Frisur. Ich habe einfach nur Haare, die so nach unten blotten. Und ich möchte jetzt gerne einen coolen Stufenschnitt haben. Wahrscheinlich sollte ich dazu eigentlich zu einem Friseur gehen. Aber ich kann nicht rausgehen. Deswegen muss ich das jetzt leider hier drin alleine machen. Und eigentlich habe ich auch keinen Bock, mir irgendwelche Tutorials anzugucken und würde jetzt am liebsten einfach starten. Aber ich glaube, ein Tutorial gucke ich mir trotzdem lieber an, weil Stufenschnitt ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Let's go! Stufen selber schneiden. Dann gebe ich jetzt einfach mal bei YouTube ein und hoffe auf kein Ergebnis. Ich habe kein Internet. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, typisch Sissy. Kennt ihr die noch? Alle, die früher schon YouTube-Videos geschaut haben? Ich schwöre euch, jeder kennt Sissy. Okay, Sissy, show me how to do it. Okay, was tut sie jetzt? Oh nein, ich glaube, sie macht einen Zopf. Nee, das finde ich gruselig. So was mit Zopf will ich nicht machen. Das wird total... Das wird eh nichts. Sorry, aber Zopf machen wir nicht, Sissy. Hier, Haare schneiden mit Stufen. Ich will einfach nur, dass ihr mir zeigt, wie ihr das macht. Die schiebt die einfach so nach... Okay, das ist ungefähr so, wie ich mir auch gedacht habe, wie man es macht. Glaube ich. Wisst ihr was? Ich fange jetzt einfach an. Ich brauche keine Tutorials. Ich habe das jetzt ein bisschen gesehen und das reicht. Ich hasse dieses Video jetzt schon. Ich mache einfach Abschritt 1 nichts richtig. Eigentlich soll man seine Haare jetzt waschen. Ich sprühe sie einfach mit Wasser an, weil ich habe keinen Bock, sie zu waschen. Ich habe die gestern schon gewaschen. Das muss reichen. Die Haare müssen allerdings wirklich komplett Handtuch trocken. Beziehungsweise nass sein. Riecht eklig. Egal. Das Beste ist auch... Scheiße. Oh mein Gott. Ich habe gerade einfach meinen Spiegel in zwei geteilt. Oh, da seid ihr. Hello. Egal. Funktioniert bestimmt trotzdem. Okay, jetzt kann ich mich dort sehen und sehe, dass meine Haare definitiv noch zu trocken sind. Ich liebe auch, dass ich direkt nur diesen Kamm hier habe und keine Bürste. Ich glaube, jeder, der ja schon mal diesen Kamm benutzt hat, weiß, wie schmerzhaft das ist. Da wir hier ja beim Friseursalon Julia Beauty sind, haben wir natürlich auch einen Friseurmantel. Obviously. Ich hoffe, der hat Ärmel, weil sonst kann ich nicht arbeiten. Ich bin nämlich heute mein eigener Friseur. Boah, kennt ihr das vom Friseur, diese Teile? Ich schwöre mir, noch kein einziges Mal ein Friseur, damit nicht die Luft abgeschnitten. Deswegen gehe ich auch nicht mehr zum Friseur. Okay, hat das Ärmel. Nein, hat's nicht. Als erstes müssen die Haare jetzt abgetrennt werden. Und ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich das gerade, glaube ich, gesehen habe. Glaube ich. So, die oberste Box. Nennen die das? Soll man hier abtrennen? Box ist abgetrennt. Ich glaube, ich trenne meine Haare einmal so in der Hälfte und mache dann jede Seite einzeln. Weil das ist mir sonst koordinativ hier einfach zu viel. Meine Friseurin hat früher immer das hier so abgeteilt, den Part. Dann mache ich das jetzt einfach auch. Hallo. Ich gehe sowas von planlos an diese Sache hier ran. Das ist, glaube ich, das Dümmste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Never mind, ich habe safe dümmere Sachen gemacht. Aber das ist schon ziemlich dumm, weil... Das sind meine Haare und die sind dann erst mal so, weil ich darf nämlich nicht raus. Erste Strähne, liebe Leute. Der Zeitpunkt ist gekommen. Ich fange jetzt an, meine Haare abzuschneiden. Wenn man Stufen haben will, soll man das so nach da machen. Das ist jetzt zwar die unterste Schicht, deswegen ist das, glaube ich, sinnfrei. Aber egal, ich mache das trotzdem. Das sieht jetzt schon falsch aus. Das ist so viel. Aber ich brauche auch mal wieder einen Schnitt, ne? Leute, ich schneide das jetzt ab. Okay, ab geht's. Oh mein Gott, ich habe gerade so viel abgeschnitten. Ach du Scheiße. Das sieht absolut krumm und schief aus. Whatever. Die erste Schicht ist abgeschnitten. Und es ist nicht gerade, oder? Ich glaube, es ist absolut nicht gleich auf beiden Seiten. Aber whatever. Das ist einfach so dumm, was ich gerade mache. Okay, jetzt kommen wir zu dem Bereich, der Stufen kriegen soll. Das war nämlich jetzt gerade hier erst die erste Schicht. Und jetzt geht's hier weiter. Wupp. Ab damit. Also langsam macht es tatsächlich sogar Spaß. Dementsprechend egal, ob meine Haare danach aussehen wie absolute Scheiße. Ich hatte ein tolles Erlebnis. Alle Frisöre, die gerade zugucken, kriegen bestimmt die übelste Krise einfach. Ich habe schon mal ein Video gedreht, wo ich mein eigenes Nagelstudio geworden bin. Und die Kommentare darunter, Leute. Ist mir aber egal, ob ich die richtige Technik anwende. Hauptsache, ich komme irgendwie zum Ziel und es sieht nicht absolut bescheuert aus. Ich schneide es so viel ab. Wuh! Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Matthias ist auch geschockt. Sehr gut. Ab damit. Alter, ich schneide wirklich gerade sowas von viel zu viel ab, glaube ich. Das kann ich jetzt erstmal wieder ein Jahr nachwachsen lassen. Also sie werden auf jeden Fall schon stufig, aber so richtig positiv sieht es noch nicht aus. Ich bin einfach so ein Vollidiot. Oh mein Gott. Wenn ihr gerade auch in Quarantäne seid, Leute, bitte nehmt euch mich nicht als Vorbild. Fangt nicht an, eure Haare zu schneiden. Just don't. Es sei denn, das hier sieht nachher geil aus. Dann versucht es. Aber bitte, bevor ihr anfangen, guckt dieses Video zu Ende. Vielleicht schrecke ich euch dann damit noch ab. Ich schneide gerade einfach so viele Haare ab. Sieht man das? Es ist einfach so eine krasse Länge, die ich gerade einfach abrasiere. Nicht rasieren, aber so abschäbel. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Oh mein Gott. Es fühlt sich so komisch an. Es ist so kurz. Irgendwie geht es gerade so voll schnell. Ich bin einfach schon bei dieser Vorderpartie angelangt. Seltsam. Das geht irgendwie zu schnell. Ich kann nur was falsch machen. Das geht zu schnell. Die, von der ich vorhin das Video gesehen habe, hat ihre Haare so nach vorne gemacht. Ich mache das jetzt einfach auch mal. Holy fucking shit. Ohne Spaß. Es tut mir wirklich leid für jeden Friseur, der dieses Video gerade sieht. Es hat sowieso jeder Friseur bis jetzt abgeschaltet, weil man davon, glaube ich, Wutanfälle und Depressionen kriegt. Kommen wir zur oberen Kopfpartie. Zur Topbox oder wie die das genannt haben. Den Part hier muss ich jetzt, glaube ich, am kürzesten schneiden, oder? Weil das sind die oberen Haare und beim Stufenschnitt sind die oberen Haare die kürzesten. Deswegen haue ich das jetzt einfach mal ab. So, und jetzt kommt hier noch meine vordere Seite. Ich will mir nämlich auch so eine Art Pony machen. Also nicht richtigen Pony, so Pony, sondern so dieser, der so cool fällt. Guck mal, das Ding ist, ich versuche so richtig, das so professionell zu machen und trenne so meine Haare die ganze Zeit ab mit so einem coolen Kamm, der so übelst professional aussehen soll zumindest. Dann hole ich die Schere und alles sieht aus wie scheiße. Man soll jetzt diese Haare so über Kreuz machen, habe ich gesehen. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ich probiere es jetzt einfach aus. Ich bin jetzt hier einfach euer Versuchskaninchen, Leute. Ob das nachher gut aussieht oder nicht, ist hier jetzt egal. Ich mache es, damit ihr es nicht machen müsst. So Leute, mir fällt auch gerade auf. Ich glaube, man färbt eigentlich erst die Haare und dann schneidet man sie. Ja, wir machen es heute andersrum. Okay, das ist kurz. Oh mein Gott, so kurz wollte ich es eigentlich auch nicht haben, aber ja, muss ich jetzt halt anpassen, ne? So was machen doch Friseure, oder? Meine Haare sind jetzt so kurz hier vorne und angeblich fertig geschnitten, aber das sieht einfach richtig scheiße aus, Leute. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann, aber ich habe so fette Haarstufen jetzt in den Haaren. Das sieht einfach absolut dämlich aus. Ich habe das wirklich so kacke gemacht, deswegen mache ich jetzt doch diese Zopfmethode, in der Hoffnung, dass irgendwas hier gerettet wird. Nehmen wir jetzt hier diesen Zopf. Und ich muss sagen, im Zopf sehen die Haare gar nicht mal so kacke aus. Sissi hat ihren Zopf auf jeden Fall nochmal abgetrennt. Und alle Haare fallen schon raus. Das ist super. Ich glaube, das ist eigentlich nicht der Sinn davon. Egal, ich schneide das jetzt hier nochmal und mache jetzt auch diesen Friseurhaare ausdünnen und gerader und besser aussehen lassen Trick. Ich weiß nicht, ob das gerade irgendwas rettet oder die Haare einfach nur kürzer macht. Ich hoffe wirklich so sehr, dass das gerade irgendeinen Effekt hat, was ich hier tue. Um es irgendwie positiv zu verändern. Ich habe irgendwie die Befürchtung, aber nein. Haare sind abgeschnitten. Also die Haare sind jetzt noch nass und alles sieht irgendwie weird und seltsam aus. Und nevermind, wenn ich sie gerade mache, sieht es wieder aus, als hätte ich einfach irgendwelche random komischen Stufen von einem Kleinkind geschnitten bekommen. Ich versuche das jetzt irgendwie auszubessern, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Scheiße. Okay, ich bin jetzt komplett überall voll mit Haaren. Und auf dem Boden ist auch alles komplett voll mit Haaren, die alle gerade noch auf meinem Kopf waren. Aber ich finde, die Haare sind jetzt tatsächlich gar nicht mehr so schlecht. Also die Stufen sehen eigentlich ganz gut aus, glaube ich. Meine Ponyhaare sind immer noch komplett lost, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass, wenn ich sie style, also so zur Seite, dass es dann gut aussieht. Aber das werden wir erst nach unserem Färbeprozess erfahren. Vielleicht sollte ich das auch eigentlich lieber nicht mehr machen nach dem Desaster jetzt gerade. Egal, ich mache es trotzdem. Ich bin jetzt umgeswitcht auf meine Vlog-Kamera. Wir gehen jetzt nämlich mal zu Matthias und fragen ihn, wie er meinen neuen Haarschnitt so findet. Hello. Look at my hair. Oh mein Gott. Hast du hier vorne so ein Pony-mäßigen Dings wieder gemacht? Ja. Es sieht gerade noch ein bisschen dumm aus. Aber wenn es gestylt ist, sieht es super aus. Bestimmt. Hier ist auch ein bisschen durcheinander. Ja, ich habe schon versucht. Hier und hier. Ja. Ich habe es schon, ähm, gefixt. Ich wollte Stufen machen. Sie sind gestuft, ja. Also es sieht nicht kacke aus, oder? Nee. Ja, mal gucken, was passiert, wenn die Farbe drauf kommt. Hi Leute. Es ist der nächste Tag und ich will hier nicht sitzen. Ich habe mich wirklich den ganzen Morgen jetzt gedrückt, dieses Video weiterzudrehen, weil ich so Angst habe, meine Haare zu färfen. Ich habe jetzt alle Produkte hier vor mir liegen und ein Produkt macht mir ganz besonders Angst. Und zwar dieses hier. Denn, jeder Friseur wird jetzt wieder aufschreien. Wahrscheinlich noch schlimmer als in den vorigen Szenen hier. Denn ich werde eine Strähnchenkappe benutzen. Ich helfe mich so, das zu sagen. Eine Strähnchenkappe ist dieses Ding hier. Mit diesem Teil macht man sich Strähnchen auf die schrottigste und faulste Art ever wahrscheinlich. Und wieso ist hier das Ding nicht bei, was dabei sein sollte? Da sollte eigentlich so ein Hakenziehding dabei sein. Und das ist eigentlich die Methode, die niemand mehr verwendet, weil die halt nicht so gut ist. Aber ich habe es recherchiert und ich habe viele Mädels gesehen, die das tatsächlich immer noch machen. Und ich fand, das Ergebnis sah immer eigentlich solider aus. Und da ich mir die Geduld nicht zutraue, richtiges Balayage zu machen bei mir selber. Und ich es mir auch generell nicht zutraue, honestly. Werden wir heute diese wunderschöne Kappe hier benutzen. Ich habe voll viel Professional Friseurequipment gekauft. Ich glaube, davon braucht man ungefähr nichts. Weil zusätzlich zu diesem Professional Friseurequipment habe ich keine Professional Farbe gekauft. Was ziemlich dämlich war. Also, falls ihr euch selber die Haare färbt, benutzt nicht dieses Zeug, sondern kauft euch hochwertigen Blondierer. Aber hier stand Anti-Haarbruch-Technologie, deswegen dachte ich, geht schon. Ich habe ehrlich gesagt den richtigen Blondierer nicht gekauft, weil ich es nicht erwarten konnte und der nicht so schnell aufzutreiben war. Deswegen mache ich heute meine Haare kaputt. Das ist Abmattierer, der die Farbe dann am Ende verändert und wieder dunkler macht. Weil ich möchte keine platinblonden Strähnchen in meinen fast braunen Haaren. Das sieht, glaube ich, ein bisschen streifenhörnchenmäßig aus. Deswegen habe ich noch diese Farben hier und die werde ich mischen. Weil letztes Mal, als Mikey mir meine Haare Professional gefärbt hat, hat er das benutzt. Und ich mache das jetzt auch. Als erstes muss man in diese Strähnchenkappe hier Löcher reinpiksen, weil das noch nicht vorgemacht ist. Warum auch immer. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, meine Haare sind gar nicht mal so schlecht geworden. Jetzt heute mag ich es voll. Ohne Witz, Leute. Es ist eine halbe Stunde später. Meine Hände tun weh und jedes dieser Löcher hier hat jetzt auch tatsächlich wirklich ein Loch. Ich habe überall hier jetzt ein Loch reingepikst. Hoffe ich zumindest. Und jetzt ist der Moment gekommen. Oh mein Gott. Ich habe so tolle Angst. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wünscht mir Glück. Ich lege jetzt los. Ach du Scheiße. Ich sehe aus, als hätte ich so eine Angelrute auf. Ich benutze jetzt diesen Kamm hier, weil da ja keine Nadel bei war. Und ich hoffe, das funktioniert. Nein, das funktioniert nicht. Ich habe noch so eine dicke Häkelnadel, aber ich glaube, die ist zu dick. Okay, Strähne Nummer 1 ist draußen. Das funktioniert mit diesem Kamm nicht. Scheiße. Was machen wir jetzt? Ich versuche jetzt gerade einfach aus Draht mit so einer Zange hier selbst eine Häkelnadel herzustellen, weil ich hier sonst echt keine Möglichkeit sehe, diesen Färbeprozess irgendwie zu beenden. Ich weiß nicht, ob man das in irgendeiner Form jetzt hier erkennen kann, aber da ist jetzt so ein kleiner Haken drin. Und ich bete einfach... Oh mein Gott. Es funktioniert. Und das war eine viel zu fette Strähne. Die kommt wieder rein. Es funktioniert einfach. Ich bin der DIY-Profi, Leute. Okay, jetzt kann der Strähnchen-Raus-Zieh-Prozess richtig beginnen. Oh mein Gott, Alter. Das ist so anstrengend. Ich werde hier einfach vier Stunden sitzen. Ich schwöre es euch. Und ich habe echt keine Ahnung, wie ich das am Hinterkopf machen soll. Das wird so was von null funktionieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Meine Schwester war die Rettung. Sie hat mir jetzt eine richtige Häkelnadel gebracht. Die ist zwar immer noch relativ dick, aber... She's working. Und das ist alles, was zählt. Egal, weiter geht es mit dem Zeitraffer. Ich hoffe, es geht schnell vorbei. Leute, ohne Witz. Ich raste gleich aus. Da kommen die ganze Zeit solche fetten Strähnen raus. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, weil es einfach viel zu dick ist. und Knoten macht. Und ich... Oh, ich werde richtig sauer. Oh mein Gott. Ich werde so sauer gerade. Ich bin kurz davor, diese Scheiße hier einfach abzubrechen. Diese Strähnen werden auch viel zu dick. Das ist so ungleichmäßig alles. Oh mein Gott. Ich raste gleich aus. Leute, das funktioniert nicht. Ich habe es gerade einfach abgerissen. Oh mein Gott. Meine Haare verknoten sich alle. Leute, das funktioniert einfach zu 0,000 Prozent. Ich schwöre, ich kriege die übelsten Aggressionen. Und es tut unnormal weh. Und es macht keinen Spaß. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einmal noch von vorne anfangen soll. Oder ob ich einfach doch irgendwie eine andere Methode mache. Aber so... Nee. Das funktioniert einfach nicht. Alter. Das macht mich so aggro. Aber ich versuche es jetzt nochmal. Seht ihr das? Wie zur Hölle funktioniert das bei diesen anderen Menschen, bei denen ich das gesehen habe, die noch viel längere Haare haben als ich? Das klappt einfach nicht. Meine Haare möchten einfach nicht dadurch. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse das jetzt auch mit dieser Kappe. Und mache es ernsthaft auf eine normale Art und Weise. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich versuche das jetzt auf normale Friseurart und Weise. Weil diese Glatzenkappe... Das ist nicht mal eine Glatzenkappe. Diese Strähnchenkappe ist einfach scheiße. Tut weh und nervt mich. Ich habe mich jetzt ehrlich für die normale Balayage-Methode entschieden. Wo man Alufolie nimmt und dann die Strähnen bepinselt. Ich weiß nicht, ob das der dümmste Fehler meines Lebens ist. Aber wir werden es hier nachsehen, Leute. Ich muss dafür auf jeden Fall jetzt erstmal tatsächlich dieses Zeug hier anmischen. Und das mache ich dementsprechend jetzt. Das hier scheint die Entwicklercreme zu sein. Und hier kommt jetzt Pulver rein. Das scheint das Pulver... Das ist viel zu wenig. Ich sage es euch, das wird niemals genug sein. Never ever. Ich werde hier nachher mit halbem Kopf sitzen. Verschließen. Rollen Sie die Flasche in einer horizontalen Bewegung in den Handflächen hin und her. Warum das denn? Wenn ich danach sowieso 20 Sekunden in einer vertikalen Bewegung schütteln soll. Okay. Geben Sie die Aufhellercreme zu der Mischung. Aufhellercreme. Ich kann es nicht oft genug sagen, dass ich einfach Angst habe, den größten Fehler meines Lebens zu gehen. Aber ich halte jetzt die Schnauze, weil ich glaube, mittlerweile wissen es alle. Ich trenne jetzt meine Haare ab, Leute. That means it's gonna become serious. Ich nehme meinen Kamm, trenne mir eine Strähne ab und ab geht's. Das muss jetzt hier so gewebt werden. Meine gewebte Strähne. Und das Ganze toupiert man jetzt so hoch, damit der Ansatz richtig schön smooth wird. Ob das so sein wird? We will see. Ich habe jetzt hier meine Alufolie. Die kommt da drunter und... Das wird jetzt eingewickelt und bleibt hoffentlich an Ort und Stelle. Nächste Strähne. Oh mein Gott, Leute. Wisst ihr, was ich auch einfach komplett vergessen habe? Ich muss ja Handschuhe anziehen. Ich habe schon gedacht, irgendwie ist weird. Handschuhe. Ey, mit Handschuhen ist das einfach noch so viel schwieriger, weil man absolut null Gefühl mehr in seinen Händen hat und für seine Haare. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt gerade mache. Ohne Spaß. Ich kann einfach nicht mehr, ne? Mir tut alles weh. Ich weiß langsam, warum man für manche Dinge einfach zu den Profis gehen sollte. Nächstes Mal ohne Witz, ich gehe einfach wieder zum Friseur. Egal, ob das jetzt die schönste Frisur meines Lebens wird, was es definitiv nicht sein wird oder nicht. Das ist einfach so stressvoll, das selber zu machen. Das Ding ist, ich habe so Angst vor den oberen Parts hier, ne? Weil die einfach am anspruchsvollsten sind. Es sind vor allen Dingen jetzt auch schon 30 Minuten vorbei und meine unteren Haare hier sind immer noch in der Folie. Ich glaube, ich sollte die jetzt langsam wirklich mal auswaschen. Egal, ob ich hier oben fertig bin oder nicht. Aber die Strähne hier mache ich noch. Und dann wasche ich das aus. Let me destroy my hair for a YouTube-Video. Ich weiß nicht, ob ich den Rest hier jetzt einfach noch eben schnell machen soll und dann die unteren Strähnen rausnehmen oder ob ich das jetzt machen sollte. Ich habe wirklich gerade ein bisschen Angst, dass ich so meine kompletten Haare gerade abbrenne. Ich glaube, ich sollte mal nach den unteren Strähnen hier gucken. Das wäre mein frohes Urteil, wenn ich das jetzt nicht tue. Okay. Oh mein Gott, Leute. Seht ihr das? Es ist heller geworden, aber es ist so unnormal fleckig, glaube ich. Ich glaube, ich sollte es wirklich auswaschen. Oh mein Gott. Okay, ich sollte diese ganzen Teile hier auswaschen. Ach du Scheiße. Das muss dringend da raus. Scheiße. Wie soll ich denn jetzt meine Haare hier unten waschen, wenn ich da oben nicht mal fertig bin? Okay, keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ich gehe mal ins Badezimmer. Welcome to my Badezimmer. Und ich wasche das jetzt irgendwie aus. Was tue ich hier? Leute, färbt niemals alleine eure Haare. Ohne Witz. Das ist einfach dumm. Ey, aber ich habe auf jeden Fall heller Haare. Okay, jetzt die andere Seite. Ich glaube, das kann man auswaschen. Aber dringend. Okay, wir können weiterfärben. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich das jetzt nicht ausgewaschen hätte. Der Moment ist gekommen. Die letzte Strähne meines Kopfes ist dran. Und ich bin so ready. Oh mein Gott. Oh, und ich habe keine Alufolie mehr. Das war dumm. Die fucking letzte Strähne ist angemalt. Und ich gehe jetzt die anderen Strähnen mal weiter auswaschen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn einfach alles fertig ist. Weil ich glaube, den Auswaschprozess haben wir gerade alle gesehen. Und mich beim Duschen? No. Ich habe jetzt noch so ein paar einzelne kleine Strähnchen heller gemacht. Was ich wahrscheinlich nicht hätte machen sollen. Vor allen Dingen mit meinen Händen. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile in diesem Video schon gemerkt, dass mich Regeln bezogen auf wichtige Dinge nicht so interessieren. Ich lasse es jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen einwirken. Und dann muss ich so ein kräftigender Balsamzeug hier drauf machen, damit die Haare danach nicht mehr gelb sind. Das heißt, ich glaube, ich brauche dieses andere, professionellere Zeug tatsächlich gar nicht mehr. Ich wasche meine Haare jetzt aus, packe das rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, Leute. Ihr seid nicht ready. Wollt ihr das Ergebnis sehen? Das Ergebnis ist ohne zu übertreiben. Das Ergebnis ist so krass geworden. Ich habe meine Haare jetzt schon gelockt. Und Leute, how the fuck habe ich das gemacht? Guckt euch bitte diese Strähnen an. Es ist richtig gut geworden. Ich bin geschockt. Ohne Witz, ich bin geschockt. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber, Alter, ist das krass geworden. Ich sehe gerade noch so ein bisschen aus wie eine Föhnpuppe. Aber das Bild, was ich euch gezeigt hatte. I mean, hello. Ich bin jetzt Friseur. Wie ich da hingekommen bin, ist total egal. Aber dieses Ergebnis ist ja wohl über nice einfach. Schreibt mir unbedingt mal, wie ihr es findet. Ich habe jetzt hier ein Vorher-Nachher-Bild. Und ich habe kein richtiges Vorher, weil ich vergessen habe, bevor ich meine Haare geschnitten habe, ein Vorher zu machen. Aber schon alleine das Vorher-Nachher mit der Farbe. Leute, gönnt euch. Sieht das nicht übertrieben krass aus? Dieser Unterschied? Ich bin einfach nur geschockt. As I said, Leute, ihr könnt mich buchen. Termine vergebe ich in den Kommentaren. Bringt euch am besten eine Schlafmaske mit, damit ihr nicht den Prozess mitbekommt. Aber das Endergebnis wird der Hammer. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr so ist, gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Ich war ja schon mal meine eigene Nageldesignerin. Heute war ich mein eigener Friseur. Schreibt mir mal, was ich noch so bei mir selbst werden soll. Ich habe Bock, diese Reihe weiterzuführen. Also packt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Hier könnt ihr noch bei meinen letzten beiden Videos vorbeischauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!